So, wir nehmen uns da mal eine Aluminiumplotte raus. Oh, das dauert ein bisschen länger. Kann ich euch zeigen, was ich dabei fertig gemacht habe. Oh, das ist jetzt schon. Bisschen mit dem Kahn Holz abgebaut. Ich würde sagen, da war der Balken down, jetzt ist er da. Oh, da ist auch Maschinenbau. Das ist auch Maschinenbau. Er hat nur einen Komponenten angezeigt, Mann. Kuh, 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 kuyos. So, das nehme ich mit. Pfeile wäre nicht schlecht. Ein Messer wäre nicht schlecht. Eine Spitzsacke wäre nicht schlecht. Oh, ja, ich finde nichts. Was ist das? 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 Das ist schade, wenn wir es kalt essen, aber... Was ist das? 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 machen sonst ist er nicht leer ich bin ein dummer mensch so gut über die Lüttel Oh, oh. So, Lule. Was war denn jetzt zum Händler? Oder doch in die Mine. Wenn wir in die Mine gehen, würde ich mir kein Team mitnehmen. Dann würde ich mir gerne noch eine machen. Dann Spitzzeige. Also ich sehe da keine Standspitzrichtung. Also wenn die keinen Platz hat, kommt die da nicht rein oder wie? Äh, überlust. Tatsächlich. So, da. Und noch was trinken? Und noch was trinken? Dann warten wir noch und dann gehen wir los. Ich gehe mal Richtung Bergwerk. Bergwerk. Bergwerkwerk. Bergwerk. Bergwerkwerk. 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 Natürlich auch schon noch Tiere halten wir auch. Bergwerkwerk. Bergwerkwerk. Bergwerkwerkwerk. Hier stecke ich doch fest. Das kommt noch nicht mehr raus. Geh dir! Ah, das war dumme Wagen. Wir hätten da über die Brücke müssen. So. 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 Tschau.